los geht's so ja damit willkommen zurück zu einer neuen runde battlefield 1 wald der agonnen das ist diesmal als einstieg an diesem schönen verregneten sonntagnachmittag abend ja und wir schließen die begrüßung natürlich ab mit einem energischen sehr gut ja wunderbar schauen wir mal was geht oder was nicht geht gesundheit gesundheit ja ich nehme erstmal b 1 und werde mich dann mal auf den weg zum 10 machen aber an den schienen vorne lang caesar c haben wir auch schon mehr aber noch nicht das hätte mich schon stark gewundert diese armbrust war womit gescheiten welche für welche klasse ist denn da müsste man mal kicken wesentlich weiß ich nicht habe andere probleme vielleicht spielt dann wenn die profi an den marien sani zur abwechslung da oben an den geschützt sein schon wieder belegen man ich kann ja dann willst du dann willst du hier halt nicht liegen und renner okay scheiß drauf hier ist hier hoch man geht doch gott uff da stand ein fahrzeug ach ne das war wahrscheinlich die schütze scharf schütze dahinten ich bin auf der anderen seite na gut komme ich mal zu dir da bist du ja so wen hast du jetzt sturmsoldat versorger dann versorgen nochmal versorgen wenn sturm soldat erst mal noch man raus ich versorgen mal zu dir außen und außen rum hier war da gerade nicht stehen ach ja genau in dem moment dreht er sich wieder um ey du bist so ein penner wirklich oh wie viele leute sind denn hier ohrvoll wie viel hat er denn weggesprengt bei d wie viel hat er denn gerade weggesprengt da vor mir sind bestimmt drei oder vier leute übelst nicht die luft geschneudert worden die hätten mich alle fertig gemacht glaube ich raus oh gott ey das meine ich das ist doch sanitäter sanitäter ach ja wollen aggressiv oh die göte ey kann ich mir mit den haftminen echt sparen ey der stand wenn ich da gestanden hätte hätte wär es garantiert ein selbstmord gewesen wieder aber bei ihm nö egal direkt dann nur ja genau schön dass man ihn mir weggespaar hat aber überall scharfschützen ja leg dich hin ruby leg dich hier sehr gut den brauch ich jetzt auf jeden fall die sind auf jeden fall in dem bunker ich mal gucken wir da rankommen irgendwie sagen wir gehen einfach mal hin ich glaube ich habe die granate hier durch auf jeden fall gut viele leute mit der gasgranate gerade davon ich nicht aber das ist ja also da eben gerade leben gerettet ich hoffe dass es nicht meine gasgranate ist ihr munition das ist einer von uns die brandgranate ist abbeschallt wenn du tot bist und er noch geht es aber die bomben hinter uns kommen sie alle ist nicht wo der tötet alle der ob da in der ehe ecke der hat eine wir sind ja auch schon eher ein vielleicht schafft es ja dann die täter sogar noch naja natürlich nicht muss man einfach schon was sagen habe ich will jetzt gehen vorwurf machen ich glaube das waren jetzt 15 meter und da war übelst der beschuss weg ausnahmsweise mal fair bleiben oder okay okay ausnahmsweise mal da ist er oder ist nicht nur er da sind drei okay da war ich zu eifrig also wenn du zu mir kommen willst pass auf da liegen auf jeden fall noch zwei oder so mindestens was bist du denn für einen blinden fisch alter hofer geil ja ja eigentlich nur der fisch sehr gut cool okay alle klar ich dachte du bist nämlich der andere gewesen ja ist klar genau totaler unsinn wirklich so ein unsinn was spaß auf mich kommen sie mit messer mal zu gerannt und messern mich dann einfach ab wenn ich beschossen werde aber er schafft es natürlich naja steigt der aggressionspegel schon wieder bei mir aber ok gerade der hat mich auch gerade in dem momenten messer ich schiebe so viel und er merkt mich einfach von vorne ich gehe mal runter hier da liegt die batze da der kommt noch einer raus warte mach die mit ihrem scheiß alle hier unten drinne glaube ich da hinten liegt er was so scheiße ich habe ja nicht gesehen unten sind die auch genau ich werde jetzt auch mal versuchen da unten hier der ist tot auch man meine eigene gasgranate das nervt mich ja immer das ist die so lange deswegen bin ich auch mittlerweile schon wieder von abgekommen muss ich ehrlich sagen weil du kannst dann halt selber nicht auf jeden fall das stimmt schon genau das hat sich damit komplett erledigt ich gehe mal bei b irgendwas sowieso gerade tot bei b sind auf jeden fall ein paar leute aber kommen wir einfach mal zu dir weil a nehmen sie auch gerade ein dann können wir auch direkt zu a eigentlich durch durchspiken hier ja genau das ist jetzt hier lang zu a richtig probiert mal genau hinter dir falls irgendwas ist ja kannst mich dann wiederbeleben wenn ich zuerst drauf gehen sollte hier da ist er doch oh gott zwölf lebenspunkte hat er noch das sollte ein einfaches spiel werden eigentlich er hat noch eine töte von uns da ist er da hockt da jetzt hat er mich man ich bin von dir du assi aber endlich haben haben sind nämlich nicht gesehen wo der ist ja ich habe mich leider auch ziemlich dumm angestellt hätte ihn eigentlich gleich töten müssen fast da verrecke jetzt endlich so geile achtet was du ich würde schon sagen voll geil der kommt erst mal raus sie stürmen und schießt da der jene alles was du der letzte wurde glaube ich gerade getötet looks good hier so far sehr gut ja und dann wieder zurück c d oder c zu d man zu d war ich denke mal die werden jetzt auf dem weg zu c sein können wir sie da auf jeden fall abfangen eventuell haben wir immer hier an der seite lang hier rechts lang hier außen scheiße jetzt bin ich hier in salina lang gelaufen und er hat heute gern gewonnen und komm zu dir wieder rüber oh hier sind sie schon ich versuch's zumindest scheiße man lauf schnell ach so ich lebe ja noch oh gott pass bloß auf geh erstmal zurück hast du ein arztpack hab ich dir schon gegeben ah cool danke oh gott okay da sind doch ein paar mehr als ich gedacht hatte jetzt bist du tot? doch doch tot oh ne alter wie viel tot wie viel leichen liegen denn hier rum da ich gar nicht rinne tut mir leid oh nein natürlich genau zu mir geworfen oh ein penner schon wieder ey ich hab's nur drauf gewartet eigentlich na klar da komm mal ah da liegt unten scharfschütze der liegt da ganz seelen ruhig auf seinem hügel da oben ah jetzt ist er tot eigentlich aber da liegt ja noch einer von denen ey man einen hab ich ah das sind die beiden die da oben hier liegen haben na ne kein wunder das sind oh die sind bei C alle auf der Brücke ich bin jetzt bei D hä? willst du mich verarschen? ah wollte ich schon sagen D danach würde ich aber zu C jetzt wieder gehen man mach doch oh ich bin jetzt auch eher bei C anstatt bei D oh gott jetzt hab ich überhaupt nicht hingeguckt was war das denn? warum nimmt der denn schon wieder Schaden? man hör doch auf zu schreien ey krass nervt ich bin der Einzelsaniger hier ein bisschen oh gott oh und da kommt ein Flammenwerfertyp von hinten ey voll, voll mies voll der Bastard oder so Hinterrücks ey sowas kann ich ja leiden so hinter mieser Bastarde oh der brennt alle nieder weil ihr merkt doch keiner oh der hat den ganzen Trupp da ausgelöscht ey wenn man wenn du Flammenwerfer schützen hast und am besten noch engelt ihr läuft denn das wird richtig krass dann kannst du damit so übelst den Schaden machen und der Neu Ena die hätte ich permanent heilt am besten oh Arschloch nein ich hab's gewusst dass mir einer in den Rücken schießt so ein Wichser ey da muss ich nur noch vorher schnell in Rettung gehen äh in Entdeckung in Rettung aber jetzt kacken wir wieder schön ab sehr schön so muss es jetzt sein ja äh sicher das ist jetzt ständige Wind ist ja nichts sieht's aus hier bei E bei E seid ihr mhm also gleich ich wollte eigentlich durch diesen richtigen Geheimtunnel hier durch in der Mitte und dann direkt zu E komm ich mit wo oh da oben da oben oh weg ja heilung hä trifft mich immer noch diese scheiß Gasgranate ist doch gar nicht oh der jetzt ist klar ist klar genau in dem Moment der hat ne Schrotplinte wieder der Bastard oh sehr gut danke und natürlich genau in dem Moment wenn man die Granate wirft naja gut das haben sie ja immer schon raus gehabt die Gegner genau dann zu kommen so ein miese Timing ey man warum ist denn hier kann das mal auch verschwinden langsam warte mal keil dich erst mal hier zack oh Granate Vorsicht die kommen rein da wurde ich hab auf jeden Fall ihn getroffen naja ich hab auch ihn getötet mit der Splittergranate ja gut hinter uns haben wir haben wir haben wir oh der Munitionskistchen liegt hier richtig gut schon ist er wieder weg da ist er ich hab's jetzt hier hingelegt wieder ja haben wir langsam eh naja kommt langsam aha mit der Schrotplinte von da hinten also jetzt hört es mir aber echt langsam auf krass hat Mike erlebt dich wieder sobald du aufhörst zu brennen der steht da noch direkt jetzt kommt da rein jetzt legt der C4 aus oder ich hatte ich hatte 100% Leben und eine Granate die 3-4 Meter von mir weg liegt tötet mich auch so gut das ist mir auch neu krass und er mit seiner Schrotplinte schon wieder aus der Wahl bestimmt 20-30 Meter oh endlich mal wieder ihn getötet meine gute wo ist denn hier noch einer und jetzt reicht's mir hier verreckt du Bastard echt ey Schluss hier langsam wirklich ok C Cedric Cedric genau ich geh von links ran oh hier vorne oh ich komm zu dir falls du drauf gehst so ein Bastard man ich ziel so dreckig gerade wieder was ist denn los ey warum ziel ich denn so behindert ich belebe dich wieder sobald's möglich ist ah da ist aber Todeshölle da unten unter der Rücke ja dann muss ich mich leider erstmal abwenden ich warte noch kurz da ist noch ein anderer Sunny aber ich glaube nicht dass das noch was wird dann warte ich lieber auf dich beim Spawn jetzt kommt noch ein Sunny auf mich zu warte mal 6 Meter 7 Meter ne jetzt rät er wieder weg ach man 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 ok dann komm ich zu dir jetzt kann ja eigentlich auch mal nehmen wir C ein oder was machen wir jetzt hier eigentlich C haben wir auf Munitioniert sehr gut jetzt komm ich mal zu dir weil du da gleich dein Munitionspäckchen wieder hinwirfst genau kenn ich ach du scheiße ach so der hat der hat das muss der Panzerzug Mörser gewesen sein ja cool also erstmal weg hier von hier auf jeden Fall weg ey weg 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 so ok gut sehr schön ja der war die eine Seite von dem Griff war schon ab war vorhin schon abgebrochen maaaann dann bin ich behindert oder was warum treffe ich den ja nicht was ich weiß dass der im Arsch ist ja ja wir bestellen uns einfach ein richtig mies von dem einen Topf ist der Griff abgebrochen stell dir mal vor das wäre passiert wenn heiß Wasser oder so drin ist naja Prost Mahlzeit na und man den in der Hand hält ja genau na oder grundsätzlich wäre wahrscheinlich erstmal alles heiß es sei denn man macht es beschrieben aber Wasser wäre natürlich nochmal das wäre nochmal das i-Tüpfelchen gewesen das hätte dir eigentlich passieren müssen Robert ja richtig ja schön danke das hätte dir wohl gewünscht dass ich mir meine ganzen Händen verbrühe auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall aber das wäre so typisch dass dir das passiert ja so wie mit dem mit dem heißen Fett haha ja das war auch geiler das behalten wir lieber für uns oh zu spät warte mal ich kann nicht heilen hier drüben oh Granate oh ja ich brenne ich bin tot ich bin ich heilig einen Lebenspunkt habe ich noch weiß ich nicht wie ich das überlebt habe warte komm ja ich hab dem schon Medipack hingelegt ja gut kann ich den wiederbeleben hier ne hier kommt der Zug ne wir verlieren wir verlieren wir verlieren wir verlieren wieder in Charlie wo ist er denn er war doch gerade noch da drüben oh Gott das ist der Panzerzug oh oh der Zug naja ich habe wenigstens noch eine Haftmine an dem Zug herangebappt angeboppert nein jetzt wollte ich dich wieder beleben aber das wäre nee du das war irgendwie zum Scheitern verurteilt das Vorhaben als ich dann gesehen habe was da bei dir los ist dann kam der Zug rum dann auch auf ihm mal in Sicht halt gefahren ja geil und ich naja dann war ich schon auf einem Weg dann dachte ich kann es nur noch den Rest laufen und halt drauf gehen er probiert zumindest beim Rückweg wärst du sowieso drauf gegangen wahrscheinlich ja beim Umdrehen dann halt genau einen schönen Rücken geschossen vorsichtig mit der Schrotflinte schon wieder einen Schuss hätte er mich beinahe schon wieder abgenietet oh warte mal ich halte ich ja ich sehe zack wo wo kommen die denn schon wieder her jetzt wer hat denn das ganze Haus gerade kaputt ja das war ich ja das ist ja ich dachte ich dachte du gehst raus wollte ich ja auch fand es einfach weil es ja das Haus zusammengefallen komm nee nee ich ja auch aber ich dachte jetzt das war der Jäger nachher erst kommen schon Leute zwei Sannis belebt mich doch wieder acht Meter sieben sechs vier aber das hast du jetzt keinen Schaden davon bekommen oder wie in dem Haus nee Schaden nicht aber ich wusste dadurch habe ich den Jäger halt nicht mehr gesehen ja wurde abgeknallt ja das tut mir leid nächstes Mal sag ich dir Bescheid genau mach das einfach so kannst du ja erinnern ich mach das ja auch gerne und du auch bevorzugt hä achso der hat ihn gemessert naja oh der Panzerzug weg 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 raus lass mich durch hier ja ich hab da Heilung für dich meine Fresse oh ah you dude wo gehen wir jetzt hin da unten ist ein Flammenwerfertyp oder was ist da wieder los und warte jetzt erstmal hier der ist dann tot Barrecke komisch jetzt war ich nicht bei 100% Leben und stand näher an der Granate und jetzt hast du mich nicht getötet ja manchmal ist es komisch komisch ne oh Gott da oben stehen sie ja alle ah ich bin tot ich lieg hier unten irgendwo ja seh nicht aber der andere kommt auch schon brauchst du glaube ich nicht ja ok wunderbar hat er schon die Schaft hat er schon gut naja sicher ist sicher ah oder oben auf dem Hügel da ist haben wir bist du schon wieder tot ne ne alles gut alles gut ah wie hat er denn jetzt schon wieder überlebt die Haftmine ist ja quasi schon wieder direkt vor seiner Nase äh exploded oh 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 ich versuch mal von hier oben irgendwie ich mach nein nein wo ist der die scheiß Granate und wer welcher aha Meisterschütze ach direkt hier kommt einer von hinten Scharfschütze von oben vom Hügel jetzt alles klar ich komm zu dir erstmal ja aber pass auf da kommt einer da liegt einer genau neben mir jetzt hab ich irgendwo war hier ein Gegner direkt warst du das ja hab ich schon getötet ach so das warst du ja ja danke cool das war ich aber einer ist hier noch lang gehuscht ich weiß nicht ob den schon jemand erwischt hat wahrscheinlich ich geh mal zu B probier das mal wenn ich jetzt hier nach näher bin hallo schon wieder kann ich dich nochmal wiederbeleben ne kannst du nicht total der Über Überbug nerd ne einfach meiner Meinung nach schlechte was weiß ich wie man das nennt aber das ist wenn die auf dem Boden liegen triffst du die einfach so schwer teilweise ist nicht das stimmt ja das ist echt komisch manchmal ich stelle ich mich auch nur extra dämlich an aber ich hab das Gefühl dass das einfach ne ich hab das vorhin hatte ich das auch gerade in der Runde dachte ich auch down traffic gehen dann nicht bin ja da immer noch dafür dass sie die Uniform halt anders machen ähm damit man die halt besser sehen kann wenn man auf dem Boden liegt weil ja wie lange lädt ihr denn diese Waffe nach Entschuldigung ne macht nichts ja ich find diese Uniform sowieso also manchmal sind die wirklich so eintönig mit dem Hintergrund dass man die echt schlägt gerade weiß ich so viel hinlegen muss mir das ja auffallen und sagen gut okay dann ender ich halt mal ein bisschen die Farben mach das halt einfach nur heller äh scheiß auf Realismus in dem Fall ist ja sowieso nicht wirklich so gegeben aber ja ein bisschen ja genau genau Kartoffel beruht wo kommt der denn her schon vorbei ach gewonnen haben wir war cool ich hab ja nicht mehr drauf geachtet war trotzdem eine gute Runde ja oder ich weiß nicht ich hab gar nicht mehr nachgeguckt wie sieht's denn aus hier nicht in den Highlights drin naja okay nochmal ein Battlepack bekommen du bist denn wahr ne ich glaub nicht oder auch noch auch noch cool cool ja wieder einmal haben wir's geschafft ach ja siehst du Runde vorbei so schnell geht's so schnell geht's danke für alle die drangeblieben sind genau natürlich nicht freut euch nochmal auf die nächste Folge genau und über ein Abo würden wir uns natürlich freuen oder ein Like wäre auch schon schön also ja bis dann tschüss tschüss